Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns gerade hier im Bad und ich möchte hier die ersten separierten Tiere sauber machen. Ich habe insgesamt 13 Tiere inzwischen separiert und 12 davon sind hier in den Boxen. Die Deckel habe ich jetzt schon sauber gemacht im Waschbecken und den Rest muss ich jetzt irgendwie hier sauber machen. Ich muss jetzt erst mal wieder einen Flow finden, wie ich das am besten mache. Die Tiere sind jetzt nicht allzu verdreckt da, aber in den letzten Tagen habe ich wieder mal ein bisschen durchwachsender gefüttert, auch mal Trockenfutter probiert, dass sie das natürlich auch mal kennenlernen und das eine oder andere hat sich natürlich sehr stark abgesetzt. Ihr seht, die konnten sich jetzt hier oder können sich hier sehen. Das ist auch ganz gut so, denn dann kann ich euch mal die Tiere zeigen. Ihr seht, einige hatten auch ein bisschen Entengrütze hier. Fangen wir erstmal an mit dem Kollegen hier. Die sind alle noch sehr klein, wie ihr seht. Ein Becken ist natürlich jetzt hier ganz schön verdreckt und zwar das hier. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich da beim Einsetzen von den ganzen Sachen noch mehr Dreck reingekommen. So, da ist noch mehr einer. Man sieht auch bei einigen schon, dass Crown Tail sich langsam durchsetzt. Der hat hier schon ein schönes Schaumnest gebaut. Nicht immer hier. Mein Finger als Vergleich. So zwei bis drei Zentimeter Körperlänge. Von den rot-blauen. Kurzflossige, deswegen sind die jetzt noch nicht so befloss, wie die Langflosse hier. Die Crown Tails. Wisst ihr was? Wenn das Wasser gleich frisch ist, nehme ich einfach mein Handy und tauche es unter. Bis gleich. So, wie ihr seht, habe ich es geschafft. Ich habe alle sauber gemacht und die sind gerade reingekommen, deswegen liegen manche noch ein bisschen rum. Das ist aber ganz normal, denn das ist natürlich alles Stress. Und ich habe jetzt versucht, das wirklich nur zehn Minuten dauern zu lassen und die ersten sind ja aber auch schon wieder am sich zeigen und aufplustern, weil ich jetzt natürlich hier, wie ihr seht, keine Zwischendinger reingetan habe, weil die jetzt hier nur fünf Minuten stehen, bis sie sich eben entspannt haben. Und ihr hört zum Hintergrund, ich habe das jetzt natürlich wieder voll Stress gemacht, weil als Baby geschlafen hat, konnte ich es nicht machen, weil es natürlich nicht geschlafen hat, als ich aus dem Raum gegangen bin. Wie das halt so ist. Was ich noch zu dieser Haltungsform beim Züchten hier sagen möchte, ist, dass das natürlich keine dauerhafte Lösung ist. Das ist nur für die drei bis vier Monate, bis die Tiere ein Zuhause gefunden haben. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendein Tier seht, was euch gefällt, jetzt schon, was dann auch aus meiner engeren Wall rauskommt, zum Beispiel der hier, den werde ich nicht behalten. Der hat ein schönes Butterfly in seinen Flossen, kann ich aber mit meinem Zuchtstier leider nicht vereinbaren. So, dann haben wir hier noch ein schönes Tier, wobei der so aussieht, als ob ich den behalten würde. Also der hat ein bisschen Bläschen gerade vom Wasserwechsel, ist halt alles frisch. So, dann haben wir hier noch einen Kandidaten, der schon deutlich Crowntail zeigt. Den werde ich wahrscheinlich auch behalten, je nachdem. Ich kann die Tiere natürlich jetzt noch nicht richtig bewerten, weil die da einfach noch viel zu klein sind. Und ihr wisst, ich bin keiner, der seine Küche hier triezt, dass sie innerhalb von drei Monaten Abgabealter haben, Abgabekröße. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich verstehe mich selbst manchmal nicht. Genau. Und da wollte ich noch was hier zu den Cubes sagen. Die sind, wie gesagt, nicht für die dauerhafte Haltung. Das ist alles nur für die vier Monate, wie ich eben schon gesagt habe. Und das ist normal in der Zucht. Das sind jetzt dreieinhalb bis fünf Liter, glaube ich. Ich glaube, dreieinhalb haben die leider nur. Aber die sind aber sehr praktisch, wie ihr ja gerade eben gesehen habt. Lassen sich stapeln, lassen sich sehr, sehr schnell reinigen. Und wenn ich jetzt mal hier vergleiche, das Tier ist so klein und hat noch so viel Platz. Ich werde auch gleich noch ein paar Pflanzen sammeln und dann noch verteilen. Das ist nicht ganz so trostlos für euch. Wirkt natürlich keine Haltung, die man in diesem Sinne hat, sondern nur eine vorübergehende Aufbewahrung, würde ich es jetzt ja fast nennen. Und vor allem haben die Tiere dann einen Vorteil, wenn sie krank werden sollten, sind sie in einem Becken, was natürlich dann direkt zur Quarantäne benutzt werden kann. Das ist auch ein sehr schönes Tier, der hat schon so ein bisschen Kupfer in den Kupflossen, würde ich jetzt mal so sagen. Und die sehen natürlich echt gut im Futter, die haben heute noch nichts gekriegt, weil ich meistens erst nach dem Putzen dann wieder füttere. Wobei, ne, die haben heute Morgen was gekriegt. Genau. Und ihr seht, die sind super im Futter. Sie sehen aus von oben wie kleine Kreuz. Ja, und dann sind sie hier schon wieder bei unserem Betaturm. Bei unserem Betatürmchen. Die Tiere haben sich jetzt inzwischen eingefunden und sind jetzt super hungrig. Und vielleicht kriege ich jetzt noch mal ein paar bessere Bilder. Ich lasse sie jetzt nicht noch sich gegenseitig sehen, aber ich vermute mal, dass man so auch schon sehr viel sieht. Wie gesagt, das Tier ist auch schon so verkauffrei. Ihr seht es, er ist butterfly-mäßig. Hier noch einen. Die beiden teste ich ja mit dem Lufthebefilter. Und das läuft echt ganz gut. Das Gefühl, dass die Becken sauberer waren jetzt als die anderen. Das sind jetzt übrigens alles Männchen. Der hat ein bisschen Verletzungen durchs Wasserwechsel. Das kann immer mal passieren. Das wechseln wir wieder zusammen. Da geht auch ein Seemandelbaumblatt rein. Als Unterstützung. Und dem muss ich das mal hier drehen, das Teil. Ich versuche immer so wenig wie möglich in die Becken zu fassen. Natürlich ist es auch nicht so gut, immer in die Becken zu fassen. Deswegen vermeide ich das eigentlich immer. Ich mache wirklich nur was, wenn es wirklich nötig ist. Dann hier unten. Hier sind natürlich die anderen Fische hier. Und was haben wir da noch Schönes? Und hier haben wir noch was Rotes. Der ist auch schon ein bisschen befloster. Ich denke mal, dass wir so ein bisschen hoffenmäßig werden. Und hier ist noch was Blaues, das ich schon separiert habe. Genau, nach wie vor sucht der Rote, den ich als erstes separiert habe, immer noch ein Zuhause. Ich zeige ihn euch mal schnell. Und das ist der schöne. Er reagiert leider nicht auf den Spiegel. Deswegen gibt es nur solche Bilder von ihm. Aber er ist ein sehr schönes Tier, wie ich finde. Und wie gesagt, kommt mit Garnelen hier klar. Hat ein sehr zerkrautetes Becken, wie ihr seht. Und ist überhaupt nicht scheu. Im Gegenteil. Also klar, er ist ein bisschen zurückhaltender als andere Fische, aber sonst echt ein Top-Charakter, das Tier. Und die Färbung ist auch sehr schön. Und der Körperbau ist auch sehr schön. Kräftig. Nicht zu klein, nicht zu groß, also er ist noch nicht ausgewachsen. Aber wenn ich jetzt hier meinen Finger daneben halte. Genau. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach eine Mail oder über Facebook. Versenden ist möglich. Ansonsten abholen und drehen. Wie immer. Und dann kommen wir noch der Vollständigkeit halber hier zu den Mädels. Und ihr seht, da sind schon wieder ein paar Kämpfe. Die Rüpel. Man sieht ja jetzt schon, was weiblich und was männlich ist. Und durch den Leichansatz, hauptsächlich durch die hellen Körper sieht man den sehr stark. Und da haben wir halt zwei Mädchen, ne. Und wie gesagt, ich habe die Tiere ein bisschen nicht separiert und sie zeigt Aggressionen. Also dieses Thema ja hier, du machst die Kampffische aggressiv, nur weil du sie so schnell separierst. Nope. Das machen sie selber. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich lasse denen das jetzt austragen. Hab dann aber verletzte Tiere. Was ist das denn dann für eine Tierfreundlichkeit, sag ich jetzt mal. Gut, ich habe jetzt hier wieder ein paar rausgenommen. Dann muss ich das Klima natürlich erstmal wieder einstellen. Ich beobachte die beiden, denn die sind wirklich noch sehr klein. Also, aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Das Becken hier ist ja auch wesentlich länger, wie ihr seht. Die Abdeckung ist dreckig. Also die können sich definitiv aus dem Weg gehen, aber ihr seht, die machen es nicht. Und sie sind frisch gefüttert. Das heißt, die haben ja auch eigentlich keinen Grund, hier vorne rumzulummern. Und ja, die blauen sind auch sehr schön geworden inzwischen. Also, ich liebe ja dieses Blau-Rot, diese Komplementärfarben, diese natürlichen Farben. Aber ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Aber der Körperbau von den Männchen war halt top, deswegen habe ich das gemacht. So, und jetzt muss ich mich gleich um mein Baby wieder kümmern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Achso, und hier wird übrigens der nächste angepöbelt von dem kleinen Mann. Genau, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!